An diesem Weg hier könnt ihr eure äußere Oberschenkelmuskulatur und auch die innere Oberschenkelmuskulatur trainieren. Und zwar bewegt ihr, indem ihr euch hier zuerst einmal in den Hebel reinsetzt. Und wenn ihr jetzt hier die Adductor, also die innere Oberschenkelmuskulatur trainieren wollt, bewegt ihr zuerst die Weihauflage nach außen mit Hilfe des Hebels. Jetzt kommt das an einer Stelle ein, wo es für euch noch angeniebt ist. Das hängt natürlich jetzt von eurer persönlichen Dehnbarkeit ab. Und dann geht's los. Ihr drückt fast nicht nach innen, also ihr schließt noch eure Beine. Ja, wieder eine langsam kontrollierte Bewegung. Das bedeutet, das Licht nicht ganz abdenken. Immer leicht schweben lassen. Und wenn ihr jetzt die äußere Oberschenkelmuskulatur trainieren möchtet, bewegt ihr das Ganze einfach zusammen. Dann rastet ihr das ein und dreht diese Weihauflage. So dass die Weihauflage jetzt an der Außenweite der Oberschenkel sind. Und dann führt ihr Bein nach außen. Macht das auch wieder in einer kontrollierenden Bewegung. Ganz wichtig, keine Sprungruhe, um hier nicht zu starken Zuchtgelenk reinzuarbeiten.